Willkommen bei Blockreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Damit herzlich willkommen zur neuen Bitcoin-Chart-Analyse. Und der Bitcoin, du siehst es ja hier hinten, ist schon relativ stark korrigiert in den letzten sieben Tagen. Wie dramatisch das ist, wo wir uns gerade befinden. Alle Infos in diesem Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Ja, schön, dass ich dich wieder begrüßen kann hier zur neuen Bitcoin-Chart-Analyse. Du siehst es schon im Hintergrund, wenn du dir die Charts hier ansiehst, die hier runtergehen am Ende, dass wir hier schon eine relativ starke Korrektur haben, beziehungsweise seit der letzten Aufnahme, die gerade ein paar Minuten alt ist, denn ich nehme dieses Video tatsächlich heute schon zum zweiten Mal auf. Beim ersten Mal hat der Ton versagt und ein stummes Video hilft niemandem weiter. Und damit wir heute pünktlich liefern, wir haben jetzt ungefähr Viertel vor acht, also 19.45 Uhr, um 21 Uhr geht das Ganze hoffentlich online, geben wir heute ein bisschen Gas. Und wenn du mit uns diskutieren willst, dann auf jeden Fall mal ein kostenloses Abo dalassen und komm zu uns in die Telegram-Community. Hier hast du noch mal ein paar Informationen, alles Weitere steht auch noch mal unten in der Videobeschreibung oder ist als angepinnter Kommentar vorhanden. Und einmal täglich kriegst du die Krypto-Tages-News reingepostet, was ich jetzt gerade vor dieser Aufnahme jetzt noch mal gemacht habe. Und wenn es Chart-Veränderungen gibt, die relevant sind, kriegst du die dort auch noch mal kuratiert. Wie gesagt, alles kostenlos für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. So, unser altbekanntes Dashboard, das ist Dominance-Chartboard oder der Graph hier, ist erst mal aktuell nicht so interessant. Wir sehen, dass wir in den letzten 24 Stunden hier ja relativ größere Verluste gehabt haben, in Anführungsstrichen. Wir haben hier zum Beispiel Chainlink mit roundabout 9%, wobei das kann man vielleicht verkraften, wenn man die längeren Zeiträume sich betrachtet und wie stark dieser Coin gestiegen ist. Das gleiche gilt für Ethereum. Selbstverständlich gilt das nicht, wenn man dann eben beim Peak gekauft hat. Was man hier wieder gut sehen kann, aber auch hier, dass in der Regel, das was man immer so sieht, dass der Bitcoin nicht so stark korrigiert wie die Altcoins. Das gilt natürlich auch im positiven Sinne. Meistens steigen Altcoins dramatisch stark an, wie wir hier zum Beispiel bei OMG sehen, der hier immer noch trotz Verlusten in den letzten 24 Stunden von 14% insgesamt 82% oder 83% in den letzten sieben Tagen gestiegen ist. OMG ist momentan auch in der Abstimmung für das Donnerstagsvideo. Das ist ja natürlich komplett Community-Driven. Das heißt, du kannst in unserer Telegram-Community abstimmen. Bei meinem letzten View auf das Voting, oder nachdem ich beim letzten Mal, dass ich mir das angesehen habe, lag es bei 19% und würde am Donnerstag vorgestellt werden. Das heißt, wenn du auf jeden Fall OMG dann am Donnerstag sehen möchtest, komm doch zu uns in die Telegram-Gruppe und stimm auch dafür ab. Aber es stehen auch zum Beispiel Ethereum und Chainlink auch noch zur Auswahl. So, das war das letzte Video, was wir uns hier angeguckt haben. Hier haben wir ja gesehen, dass wir uns quasi über unsere Red Zone hinweg bewegt haben. Diese 12.000er Marke, diese wichtige, da sind wir auch nochmal drauf eingegangen, konnte nicht gehalten werden, was ein bärisches Signal war. Wir haben gesagt, wenn wir hier diesen Candlestick hier in der 4-Stunden-Kerze über der Trendlinie schließen würden, könnte das ein bärisches Signal haben, dass wir vielleicht wieder hier auf diese Trendlinie stoßen werden, also nochmal diese 12.000er antesten könnten. Wir haben es nicht geschafft. Ich schieße nur gerade schon auf den nächsten Tab. Das wird auch nochmal interessant. Wir haben dann gesagt, wir hätten dann hier nochmal unsere bei 11.500 ungefähr, also 11.500 US-Dollar, nochmal einen wichtigen Support. und hier könnten wir dann auch nach oben gehen. Das Ganze sieht wenig anders aus und auch, um es nochmal zu erwähnen, anders als vor ein paar Minuten. Wir sehen jetzt hier gerade einen sehr schönen Drop. Und zwar kürze ich das Ganze nämlich ab. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir hier zwischen den Bereichen von 11.2, den ich tatsächlich jetzt kurzfristig, das heißt in den nächsten Tagen, erstmal als sehr starken Support sehe. Und wir müssen dann einfach nochmal schauen, ob dieser Support hier in dieser Tageskerze tatsächlich, also ob diese 11.200 halten werden. Wie gesagt, wir sind hier in der 4-Stunden-Kerze, nicht in der Tageskerze. Wir haben hier, habe ich schon mal in der letzten Aufnahme, einen Marker gesetzt, der hier seine Schnittmenge hat. Das heißt, wir haben hier diese türkisfarbene Trendlinie, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und unsere Marke, die wir hier haben von 11.400, 11.500 ungefähr, die das Ende vom Monat bereithält. So, jetzt sind wir langsam durchgebrochen. Sehr schön, was wir hier alles live miterleben können. Das heißt, wir werden hier einen harten Struggle haben. Wunderbar. Übliche Frage, wie tief kann der Kurs fallen? Wir sehen hier, dass wir hier auf unseren ersten Support sitzen, der hier auch ganz gut hält. Plus, dass wir natürlich hier nochmal unseren türkisen Aufwärtstrend haben. Und weil der jetzt aktuell wichtiger geworden ist, oder als zur letzten Aufnahme, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Und du siehst, wir sind hier in einem Aufwärtskanal drin. Den holen wir uns jetzt auch nochmal ganz frech. Wir haben, wie gesagt, hier diesen Aufwärtskanal, den wir jetzt hoffentlich, beziehungsweise, ja, hoffentlich nicht bärisch brechen sollten. Denn dann würden wir unsere alte Marke, und das ist anders als zur letzten Aufnahme, hier bei ungefähr 11.500, kann man sich melken. Hier ist die Linie bei 10.425, also noch ein bisschen drunter, aber roundabout kann man sich merken. Achtung, bei 10.5 muss man wieder hellhörig werden. Das heißt, hier haben wir quasi unseren Kanal. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier sowas sehen werden, also dass wir hier wirklich schon Richtung All-Time-High gehen werden, wenn wir das haben. Aktuell sehe ich, oder könnten wir, je nachdem, wie das Ganze hier aktuell sich live darstellen wird, könnte man davon ausgehen, dass wir hier ein ähnliches Fraktal bilden, was wir hier schon haben. Das heißt, was wir hier schon gebildet haben. Und wenn wir das mit hier vergleichen, das heißt, wir hatten hier unsere erste Aufwärtsbewegung, hatten ein höheres Hoch und sind dann langsam von der Volatilität runtergegangen und dann ausgebrochen. Das Gleiche können wir ungefähr hier ausmachen. Wir hatten eine erste Hochphase, ein höheres Hoch und könnten jetzt vielleicht hier in dieser Range uns ausrichten mit einer niedrigen Volatilität und mit der Hoffnung vielleicht nochmal hier die 12k antesten, was die nächste große Hürde ist. Immer noch, wie dramatisch ist es, selbst wenn wir jetzt hier runterfallen sollten. Du siehst, wir haben hier ziemlich viele Linien noch, die wir machen könnten. Das heißt, der große Support, deswegen möchte ich den jetzt auch nicht grün einfärben, ist wie gesagt bei 10.000, oder in meinem Chart bei 10.425 US-Dollar. Und danach kommt hier schon der nächste grüne Bereich, hier unten. Und dann siehst du hier rechts schon, das ist der 10.000er Bereich und der ist wahnsinnig wichtig. Wir haben hier noch quasi unseren übergeordneten oder damals übergeordneten Abwärtstrend des Kryptowinters. Da sind wir schon lange vorbei. Das wäre die nächste große Hürde. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Allerdings würde die bei einem Durchbruch von 10.000, unter 10.000 meines Erachtens auch angetestet werden. Aber wie gesagt, soweit sind wir aktuell noch nicht. Wir werfen nochmal einen kurzen Blick auf den aktuellen Kurs. Und wenn du dieses Video siehst, mach dir mal TradingView oder das Tool deiner Wahl gerne parallel mit auf und schau einfach mal, wo der Kurs bei dir aktuell liegt. Dann kannst du das am besten vergleichen. Premium ist es natürlich, wenn man am PC sitzt und so wie ich dann eben zwei Monitore hat. Und dann siehst du, dass wir hier auch wieder relativ gut liegen und die Trendlinie des Aufwärtskanals eine gewisse Wertigkeit aufweist. Wie gesagt, wir haben hier eine aktuelle Kerze. Diese hat eben noch keine Wertigkeit. Hier können wir nur einfach sehen, wohin der Trend geht. Und momentan sieht es ganz gut aus. Wie gesagt, jetzt zur Aufnahme, kurz vor 20 Uhr, haben wir das Ganze. Hier den Marker am 26. August bei diesem Crossing können wir uns eigentlich setzen. Aber wie gesagt, entscheidend für mich ist eigentlich Ende des Monats. Deswegen könnten wir hier vielleicht einfach mal die Linie ein bisschen dünner machen. Warum? Einfach, damit wir auch sehen können, ob sich hier vielleicht wieder was Interessantes ergibt. Denn wir können auch hier immer wieder beobachten, an solchen Punkten kann es eben passieren, dass dort dazwischen dann eben markante Wendepunkte liegen. Denn diese Striche haben wir, wie auch jetzt die hier, in die Zukunft gesetzt. Das heißt, ich habe hier nichts nachkorrigiert oder sowas. Also ich habe jetzt nicht hier, guck mal, hier können wir jetzt das Ganze hinsetzen. Das gab es nicht, sondern eben, wenn du das schon länger verfolgst, weißt du, ich setze immer markante Punkte in die Zukunft, wie eben jetzt aktuell das Monatsende, was wir hier erreichen sollten. Hier haben wir nämlich den Schnittpunkt zu unserem Aufwärtskanal und eben dieser wichtigen 11.000er Marke. Das heißt, ab diesem Punkt könnten wir, je nachdem, wie der Chart verlaufen ist, hier nochmal einen wichtigen Wendepunkt sehen und hoffentlich, oder so hoffen wir ja natürlich alle, Richtung bullischen Ausbruch, Richtung 12k. Ja, wenn du das dann nicht verpassen möchtest, dann lass doch auf jeden Fall mal ein kostenloses Abo da. Wenn dir diese knackig kurze Aufnahme von der Bitcoin-Analyse gefallen hat, du am Donnerstag die Altcoin-Analyse nicht verpassen möchtest und diesen Krimi nächste Woche weiter verfolgen möchtest, dann, wie gesagt, kostenloses Abo, lass einen Daumen hoch, da so wird es auch anderen vorgeschlagen, komm zu uns in die Telegram-Gruppe, wie gesagt, der Link unten auch als angepinnten Kommentar. Wir sehen uns am Donnerstag, mach's gut!